So weiter gehts, jetzt habe ich soweit erstmal geschafft, aber wahrscheinlich werde ich jetzt gleich mal rechnen. Ähm, dieser Tastenbeliebe, ich kann so eine Spiele echt nicht, ich meine ich kann das eh nicht mehr so richtig gut spielen. Wie lange ist das jetzt schon her, ne? Das müsste ja mindestens zwei Jahre sein. Aber, also an Tastatur, vor allem nicht an der Tastatur, echt. Jetzt soll ich zu knifflig werden, weil ich ja theoretisch oben stehen bleiben würde, also muss ich jetzt... Warte, ich warte, erstmal abgesehen, wie das in Folge kommt. Oh, fuck off. Ey, willst du mich verarschen, du Pisser? Ich hasse die Spiele echt jetzt. Jetzt schieß doch mal nach oben, du Pfeife. Ich würde es am liebsten, ey, ich würde es so gerne mal Controller spielen, echt jetzt. Weil der fuck funktioniert nicht so. Ja, komm. Pfff, mach nur auf. Pass auf, ich mach das so. Das ist wahrscheinlich viel umständlicher. Mein Gott, ich verwechsel immer die Tasten. Ich mach das so. Ich mach das so. Das ist wahrscheinlich viel umständlicher. Oh, er ist weg. Er ist weg. Er ist weg. Ja. Du Sohn deiner Mutter. Was ist das denn? Hat das eine Leiter? Irgendwie so eine schwarze Pflanze. Obwohl, hier müsste ich eigentlich hoch genug springen können, um zu überleben, oder? Fuck off! Der will ja nicht totgehen. Was soll ich denn machen, da? Shit, man. Ich hab' dem Leben an. Huuu, 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 huuu. Da kann man hier nie irgendwie so, wie heißt das hier, live-up-bums-er, einsam mit mir. Oh Gott, jetzt kommt wieder so eine böse Pflanze, da sieht man die auch Schaden hier. Die kriege ich denn, was ist denn das hier eigentlich? muss aus diesem raum raus spiel gespeichert aber ich brauche hier so ein live up so ein power up hier werden ich mache daraus zu pflanzen für mich aber ich kann ja nichts anfangen mit diesem scheiß dreck was denn das ist das ein boss oder was ich wahrscheinlich nicht schaffen ja oh mein gott ist das anstrengend alter das macht einen richtig fertig jetzt gibt es nur so eine viecher hier oder was ok ich habe hier voll leben lassen sie nutzen ich habe aber nur noch ein leben sich geraten müssen der feierabend der vergabe die ruhe verkackte krabbe ich glaube das bringt überhaupt nichts die dinger hier dieses der trick ist also zurücksprung ich bin zurück gesprungen mal also komme ich nicht an dieses bis wie jetzt vielleicht ok einer ist weg er ist voll knifflig hier also wie kann ich schon mal sagen das ist ja gar nix der ist ja call of duty gar nix gegen echt ok ich habe den raum geschafft oh ich habe das leviele glümelig durch oh ich glaube ich habe das leviele glümelig durch ich glaube ich habe für nichts What do you need most? Oh, jetzt kann ich mir das auswählen. Eeeeee? Strength or gentleness? Strength... Can you mean thrempf? Just one? Just one? Ja, both? Oh Gott, ich kann nicht sagen, nur einen. Gentleness. Oh, gentleness. So. Ich gehe einfach aus, gentleness wird vielleicht ein bisschen geimpft. Und Stärke macht den Krempel halt schneller kaputt. Wir gehen einfach primatenmäßig auf Stärke, oder? So, 10. Strength, I guess. So. Nicht gut. Zup-ta-la-lamp-ta-la-la-la-la A little bit strong. A little bit strong, a little bit strong. Alright. Mh... Eieieiei, was willst du mir? B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Und schon wieder werde ich irgendwo hingebeamt. Ich habe keine Ahnung, wo der mich immerhin berettiere, echt. Ich habe nur noch ein Leben. Aber okay, wenn ich verreckele, fange ich wieder von vorne an. Also beziehungsweise wieder da, wo ich bin. Ja. Puh!